aus hamburg mein name ist kardus martin und live aus dem trailer das trading raum wir bereiten uns auf unserem morgendlichen dax trade vor und wir schauen einmal auf die charts und wir sehen wir haben den ddp wo hier in der mitte 15 4 oder 15 3 wären die big numbers ich gehe mal in richtung 15 4 erstmal bin optimist heute 15 4 so high low big number wir sehen dort oben war das gestrige hoch wo war das gestrige tief das lag hier bei 15 2 74 circa wir hatten gestern eine trading range von 130 punkte das ist ganz normaler stinknormaler montag so dass also die box mal nach oben platziert und dann schauen wir mal wo kommt die vola box rein vola box wird getaxiert bei 15.300 und 27 das heißt wir sind dort etwas tiefer hier wir wechseln die big number und gehen auf die 26er box und wir müssen jetzt hier aufpassen weil die big number auch die blue box dicht bei dem ddp wo ist aber ansonsten wenn wir diesen jetzt eingehen 15.375 gehen wir short das ist eine 26er box und bei 15.300 ihr seht es 46 ein bisschen größer können wir es besser sehen hier 48 sind wir short also 15.375 long 15.348 short eine blue box zur markteröffnung das bedeutet wir brauchen 26 punkte auch bis zum gewinn ziel aus also jetzt eine bewegung in die ein oder andere richtung 5 4 3 2 und los geht's die aktiviert wird und wir haben ein blue box den trade lassen wir aber jetzt durchlaufen einmal auf mtx zu dicht am daily pivo gewinn ziel der blue box liegt bei 23 also wo die vola box ich kanno ganz gut ein bisschen probieren geht's ich gehe jetzt mit Good morning. Good morning. Good morning. Jetzt gibt es ein bisschen Dynamik, wir sind jetzt unterhalb des Daily Pivos, gucken wir ab, dass die Kerze darunter schließt, dann denke ich mir, sieht das alles gut aus. Wohlerbox im ersten Trade und die 9 Uhr Kerze hat hier geöffnet, bis dorthin 33 Punkte. Wir gehen Richtung Landeanflug. Breakout, ausbruch jetzt hier, so mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, erster Ausbruch, Bluebox, wir bleiben jetzt live und raus. Ausbruch aus der Bluebox mit, ihr wisst, sehr hohen Wahrscheinlichkeit, diese Qualitätsboxen. Der Trade ist ein Gewinn gelaufen. Ich verabschiede mich bei den YouTubern für unser Videotagebuch, wir hören uns morgen wieder und wir machen weiter.